Herzlich Willkommen! Hier ist User Paul mit dem Thema Debian, das DBKG Programm. Das Programm DBKG ist sozusagen das Low-Level-Paketverwaltungsprogramm. Mit ihm ist es möglich, direkt bestimmte Pakete zu installieren oder zu deinstallieren. Noch eine Stufe weiter unten liegt das Programm DBKG-DEB, das die reine Archivverwaltung Packen und Entpacken erledigt, aber niemals manuell aufgerufen wird. Das DBKG-Programm muss nur dann manuell aufgerufen werden, wenn direkt vorliegende .deb-Pakete, Debian-Pakete installiert werden sollen. Später werden wir das Programm apt-get kennenlernen, das sich auch um den Bezug der Pakete kümmert, dann aber selbstständig DBKG aufruft, um Pakete zu installieren bzw. zu deinstallieren. Ist jedoch ein Paket manuell z.B. aus dem Internet besorgt worden, dann benötigen wir DBKG. Pakete installieren mit DBKG. Um ein Paket mit DBKG zu installieren, wird folgender Befehl ausgeführt. DBKG-i oder .debian-install-paket-datei.deb. So z.B. Paket simple-screen-recorder.deb. Wenn als Option .debian-R oder .debian-rekursiv angegeben wurde, so steht statt eines Paketnamens ein Verzeichnisname. Alle Debian-Pakete des genannten Verzeichnisses werden dann installiert. Die Installation besteht aus folgenden Einzelschritten. 1. Die Kontrolldateien des neuen Paketes werden entpackt. 2. Wenn eine ältere Version desselben Paketes bereits installiert war, wird das Pre-Remove-Skript der älteren Version ausgeführt. 3. Das Pre-Inst-Skript des neuen Paketes wird ausgeführt. 4. Die Dateien des neuen Paketes werden entpackt und gleichzeitig werden die Dateien einer eventuell existierenden älteren Version gesichert, sodass im Falle eines Fehlers die Installation des neuen Paketes rückgängig gemacht werden kann. 5. Wenn eine ältere Version existierte, dann wird das Post-Remove-Skript der älteren Version ausgeführt. 6. Das neue Paket wird durch das Abarbeiten des Post-Install-Skripts konfiguriert. Das war User Powerful um ein Screencast. Ciao und viel Glück!